Friederike Mayröcker, Comicstrip, eine Oper. Es spielen und singen Snoopy, Maria Callas, 300 Stimmen, die sich andauernd von einer Seite der Bühne zur anderen bewegen und Rufe ausstoßen wie A, E, O, I, Ö, U, Ü, Buh, Schei, Brrss, Ä, Spimm, Wui, Pff, Srr, Tick-Tack, Schnarr, Krr, Klopf, Tsssss. Snoopy im blauen Turnanzug mit ausgebückelten Haaren wirft die Arme in die Luft. Maria Callas, die Beweglichkeit ihrer Mundpartie lässt zu wünschen übrig. Es erheben sich schreckliche Wellen, wie auf japanischen Stichen und Fluten über die beiden hinweg. Die 300 Stimmen, siehe oben, klagen in ohrenbetäubender Weise. Sobald sich die Flutwelle gelegt hat, erscheinen Snoopy, Maria Callas und Lächeln. Bei Maria Callas hat die Beweglichkeit der Mundpartie siedlich gelitten. Bei Snoopy die Stimme, er macht einige Bewegungen im blauen Turnanzug, um sich zu erwärmen. Chor braust über die Bühne, schreiend, flautando, flautando, etc., kommt den 300 Stimmen ins Gehege. Die Bewegungen der beiden Blöcke geraten allmählich arg in Verwirrung, sodass Snoopy und Maria Callas um Hilfe rufen, weil sie im allgemeinen Getümmel beinahe untergehen. Maria Callas dementiert energisch Gerüchte. Snoopy im blauen Turnanzug mit ausgebügelten Haaren fühlt sich zum Präsidenten der österreichischen Interpretengesellschaft ernannt, schüttelt Mähne, lächelt, erstickt fast im allgemeinen Getümmel. Ein anderer Chor wirbelt nun ins allgemeine Getümmel. Der 300 Stimmen, siehe oben, und des ersten Chors, siehe oben, aus der Tiefe des Raums nach vorn und lärmt mit kleinen Trommeln, Pauken, Posaunen, Violinen, Kindertrompeten, etc., bis Lärm monströs. Maria Callas hält sich die Ohren zu. Die Beweglichkeit ihrer Mundpartie hat gelitten. Snoopy beginnt zu weinen. Er ist klatschnass. Da senkt sich von oben ein weiterer Chor herab und mischt sich ins allgemeine Chaos. Dies ist ein Nies- und Hustenchor. Maria Callas hält sich ein Spitzentaschentuch vor Mund und Nase. Snoopy weint heftig. Seine Haare schleifen auf dem Boden. Aus der Versenkung, extrem rechts, steigt die Freiheitsstatue mit einer Handgranate in der schwingenden Faust. Alles wirft sich automatisch zu Boden. Die Freiheitsstatue dreht sich um ihre eigene Achse wie ein Diskuswerfer und lächelt. Alles kriecht am Boden umher. Angst auf allen Gesichtern. Snoopy wimmert. Maria Callas verzichtet auf jeden gesellschaftlichen Verkehr. Die Freiheitsstatue dreht sich um ihre eigene Achse. Sie schwingt die Handgranate bedrohlich. Es wird plötzlich ganz dunkel. Man hört ein schreckliches Krachen, einen Knall, eine Explosion. Sobald es wieder hell wird, marschiert Snoopy langsam über die leere Bühne, sich immer wieder räuspernd, auf den Boden spuckend, mit auf dem Rücken verschränkten Armen, einen Anflug von Traurigkeit auf dem Gesicht und umherblickend, als ob er etwas suche. Aufbringen Sie lieber eine computer. dann wird das noch ein Un Tommy und das noch ein Grafen. Hochschule, dann wird das noch so hart… ��worten BERLINDERBbuilt Instrumenten und im Handels disso überall noch ein unnecessaryes Teil sind. Vielen Dank.